Wenn Tranquillo Barnett an diesem NHL-Match etwas begeistert, dann ist es die perfekte Show, die die Amerikaner bei solchen Spielen an den Tag legen. Es ist ein Volks-Gaudi, der St. Galler auch selbst hautnah mitbekommt. Selbst bei uns, bei einem normalen MLS-Game kann es sein, dass es vor dem Spiel Feuerwehr gibt und alles, also viel mehr wie bei uns bei einem Club-Final. Dort ist immer alles sehr inszeniert. Vor jedem Spiel kommt ja auch die amerikanische Nationalhymne. Wenn man gegen Kanadische Mannschaft spielt, kommen sogar beide Nationalhymnen. Es ist schon immer sehr traditionell und wirklich alles sehr inszeniert. Gerade eine riesige Chance!